Was ist das denn zu fassen? Da steht ja überhaupt nichts über mich. Ich bin doch die Kriegerin des Feuers und der Leidenschaft. Dann interviewe ich mich eben selbst. Rehino, wen ärgern Sie am liebsten? Oh, das ist leicht. Usagi. Und wen lieben Sie am meisten? Usagi. So wird das nichts. Verflixt. So wird das einfach nichts. Ach, Rachel, was schaust du denn so drauf? Ich möchte auch so gerne in einem Magazin drinstehen. Doch irgendwie bin ich vollkommen uninteressant. Du meinst. So, ein Magazin? Wie ihr gerade sehen konntet, muss auch Ray nicht verzagen. Das neue Sailor Moon German Magazin Ausgabe 3 steht nämlich ganz im Zeichen von Ray bzw. Sailor Mars. Und damit auch ihr nicht verzweifelt, könnt ihr das Magazin bei uns bestellen. Viel Spaß damit! Und dann kann ich mir alles wiederveilen. Dann geht's mir nicht mit. Du bist mit! Untertitelung des ZDF, 2020